Warte, was? Och nie! Okay, dann mache ich es. Ich versuche jetzt einfach schnell zu sein. Inventar. Rucksack. Oh mein Gott, das ist halt alles wieder weg. Sammelstücke. Hier. Ädupter Hinterseiter. Schlimm alles, was wir brauchen haben. Klar. Leer. Hier ist nichts. Ja, hier ist nichts. Ach verdammt, ich war zu langsam. Ich dachte, ich habe es schon geklickt. Okay, wir nehmen natürlich alle Collectibles jetzt wieder mit und so. Also das ist natürlich klar. Party? Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Jo, ich meine, wir sind jetzt 15 Jahre nach dem Untergang. Und der Untergang war... Wir sind 36. Das heißt, der Untergang war... Rechnen 20, 21. Und die Party war 23. Also... Was denn, Sammel? Mal schauen, die Voiceline ist mir wieder fehlt. Ja, tut sie. Ja, nur raten. Warum? Jetzt gehören wir uns die noch. Das Harz und die Kiste. Rice. Arry, arry, arry. Rice and Curry. Jetzt sind wir hier, glaube ich, durch mit dem Raum. Komm, jawohl. Dann geht's weiter. Gehen wir hier hoch. Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Das sollte damals wohl Kunst sein. Ja, du raus. Who do you, voodoo? Klingt vertraut. So, aber hier noch was. Nee, aber da. Über ein Schachbrett hüpfen wir einfach mal drüber. Nada. Null. Okay, dann haben wir hier noch den Ding. Oh, einfach mal. Ach, easy. Wir haben Geld. Und da habe ich auch geblickt. Was ist das? Was ist das da drunter schon? Hab mir gedacht, ah. Hast du den Glück, was sie sind versteckt? So, Teile hier. Nochmal kurz umschauen. Haben wir alles? Jo, dann gehen wir hier rüber. Stofffelsen, 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 hier retten. Und Harz. Und läuft bei dir Spike. Und sind wir hier fertig. Geht's jetzt weiter. Jetzt sind wir schon fast an der Stelle, wo wir eben schon waren. Nein. Okay. Okay. Das zerreißt mir das Herz. In der Welt fährt man am besten bei deinem Rauschen fest. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Wollen wir, dass wir ja auch so viel Glück haben? Hey, ich sehe oben nach. Schau dir mal den Garten an, okay? Okay. Jo. Jetzt wird Steuerung und dann geht's ab in den Garten. Die hier sind. Wir suchen einen Spot. Immerhin hatten sie einander. So. Sehr hatte Klasse. Jo. Dann noch den dritten. Schau mal, da sind auch noch welche gesessen hier. Gibt's auch noch so eine Sitzgruppe. Gruppel übersehen. Untersuchen. Meine liebste Mary. Verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin. Unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey! Komm her! Schau dir das an! Was? Alter, warum bricht hier mein Bitrate so hart eben ein? Wie in der Videosequenz? Okay. 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 Dann mal in meinen Stream schauen. Wie schaut das im Stream aus? Ich glaube aber, es geht noch, oder? Ich glaube schon. Ja. Aber wir kommen halt wieder hoch. Also eigentlich, hier oben muss doch irgendwas sein. Geh mal hier hoch. Hier ist auch nichts. Nop. Dann komme ich hier runter, ohne zu sterben. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal hier rum. Hier wieder drauf. Und hier jetzt runter. So. Da geht es runter. Da ist er. War hier noch was zum Looten? Hier ist noch ein Schachbrett. Ach, die Dame wurde da gespielt. Okay. Geile Bierball. Bierpong, Tisch. Hier war mein Sonnig, denn ne? So. Und weiter wie erst wie jetzt bin ich, habe ich eh nicht gespielt. Aber ist schon geil. Bierpong mit halbe Krüge spielen. Kann man machen. Also wieder auf mein... Also mein Bitrate ist halt voller Marge eben. Was ist los bei meinem Internet? Ich hoffe, dass sich das noch fängt. Aber, naja. Schauen wir mal. Setz dich, Kumpel. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmeckergaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt noch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht? Hm. Crane. Protagonist aus dem ersten Teil, den wir gespielt haben. Habt ihr diesen Typen gefunden? Habt ihr diesen Typen gefunden? Hat er ihm gesagt, damit ich kurz anmerke. Guck mal. Jetzt sehe ich eben. Erst im Untertitel steht es jetzt dort nur. Hab für dich diesen Typen gefunden. Spiel, was ist los? Was sind das für Voicelines? Wer hat das eingesprochen? Welchen Typen? Hm, ich meine. Offenbar kennen wir den ja. Könnte man welchen Typen machen? Was, welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Drecksgeil zu suchen. Wals. Ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Hm. Ah, das kriege ich immer noch dir. Oh, geil. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Das ist echt ein uraltes Bier. Der Typen ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Wals. Villador? Dann bin ich so nah dran, hm? Äh, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab Herr Funk mit ihm geredet. Seinen Namen hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Und Funk ist der Golf? Was ist denn auf dem Hügel da? Hm? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 Megahertz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Oh, ich geh einfach direkt in die Stadt. Oh, ja, wir dürfen immer wieder in den Funkturm hochklettern. Wer kennst nicht aus deinem Kind? Das hat gesagt, du lässt bald von dir hören. Jo. Deswegen. Weißt du, was ist dafür nicht? Wenn ich könnte sagen, ich geh direkt in die Stadt, scheiß auf den Funkturm. Nee, aber das... Ich mein, das ist eine weiße Option. Also, eigentlich müsste ich die gelbe danach noch kriegen. Komm, ich probier's. Ich gehe einfach direkt in die Stadt So einfach ist das nicht Villedor sollte eine der ummauerten Zonen werden Die vor der Seuche sicher waren Der Plan ging schief Und die Stadt überlebte Aber der Typ weiß wie man reinkommt Red mit ihm Er sagt dir alles Okay Was will er dafür? Hat er nicht gesagt Klang aber nicht danach Als ob er irgendwas umsonst macht Das macht wohl keiner Und was ist mit mir? Du bist ein alter Sack Der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt Hey 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 Sie ist nicht verrückt Jane ist vielleicht Ein bisschen hitzköpfig und Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten Aber wenn du ihrer Hey langsam Na gut Für solches Gerät ist es noch zu früh am Abend Augen Ich wollte Augen sagen Wunderschöne Stahlgraue Riesige Hab noch nie gehört Wie jemand so auf graue Augen abfährt Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt Ganz zu schweigen von Frauen Na wahrscheinlich hast du recht Ich sag's dir Irgendwann finde ich Jane Dann suchen wir uns ein Haus Da wohnen wir Und niemand wird es uns nehmen Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel Hör darauf trinke ich Und dieser Walls Was ist mit dem? Gehört der zur Familie? Nein Ganz und gar nicht Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja Irgendwann Na gut Ich muss weiter Wann sehen wir uns denn wieder? In zwei Jahren? Vielleicht Mach's gut Mann Ich hoffe du findest diesen Walls Oder wen auch immer du suchst Und denk daran 140,200 Megahertz Frühmorgens Der Typ erwartet dich Ich war hier um mir die 140,2 Selber einstellen Ich war jetzt wie gesagt Somit wie jetzt war ich Und das war dann Schluss Ich bin jetzt hier um unsere Waffe Kann ich die mal wieder wegstecken? Nee oder? Wegstecken kann ich die nicht einfach Ich könnte ja auf keine Waffe gehen Ah ja Da kann ich nicht Okay Spiel platzen alle Oh lol Steht da sogar was Total sick Okay Ist da noch irgendwas? Boah diese Zombie-Schreiben hinter Gott Guck mal ne RIP Halten Sie den Mal weiter Das hat Genau Und dann sehe ich jetzt hier links Die Weg des Bilders Gehe zur Antenne Da oben ist die Antenne Da ich muss irgendwo da runter Erstmal Da wird mir auch angezeigt Oben in der Mitte sieht man 124 Meter Aber nach unten Oh meine Waffe wurde auch 100% angezeigt Okay So Gehen wir jetzt einfach mal hier den Weg Nebenbei müssen noch Blümchen Äh Mal schauen halt Okay wir gehen jetzt mal hier den Weg Das ist ein Blümchen Ich meine unsere Livebar wurde so oder so resettet dadurch dass ich schon einmal gestorben bin Das war ein minimal fail Oder maximal je nachdem wie man sehen will So Natürlich ein bisschen durchhypen Ich weiß nicht diesmal da ich hier lang muss So Äh Kann ich einfach roter Sprenger Kommt wahrscheinlich nicht mehr hoch oder? Doch Kann ich schwimmen? Jo Ich kann schwimmen B zum tauchen R B zum auftauchen Ah Ich kann direkt auftauchen So Und so kann ich abtauchen Okay Aber hier unten gibt es Oh lol Warte mal da gibt es was Hackmesser Gewöhnliche langen Achsen Okay warte mal auftauchen 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 Das habe ich ja jetzt erstmal random ne Also das wusste ich echt nicht Wollte einfach mal schauen Ob es denn da unter Wasser was gibt Und da gab was Schon geil Im Wasser noch was angezeigt Ah da vorne ist noch Blümchen und Oh da hockt was Ähm Warte mal ich habe ja jetzt halt hier die Waffe Macht die mehr Damage Nee Stumpf Heap Und die hat Nur 18 Damage Keine Mod Dinge Oh ja Oh ja da sehe ich mich Ich sammle nebenbei noch die Blümchen ein Zombie oder? Kann ich mich an den unsneaken eigentlich? Schaut auch so ob er beschäftigt ist Dich Ja Tiffel Oh Ach ja ist okay Ich darf ihn durchschlagen Okay Okay Hat der auch eine Ausdauerbar? Oh Äh warte mal so Ich habe fast meine Steuerung vergessen Keinen Hard Attack kann ich auch Verlangen Hat der mich getroffen? Oh nice Ich kann auch beide treffen So Ja moin Da bin ich zerlegt Hab ich Leben verloren? Nee Kann ich doch jetzt durchsuchen Oder? Oh da liegt noch was Was habt ihr einfach so Loot droppen? Hearts Gibt es hier noch mehr? Wir haben einen Haushaltenhaufen Da will ich auf jeden Fall rein Was steht denn da eigentlich? Welcome to our Lakehouse Okay 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 Da war noch irgendwas Blümchen Klempnerhammer Der ist hier auch Automallstreng Der ist bei Fünf Sturm Ich bleib bei dem Hackmesser Erstmal Dann haben wir da Ach das ist innen Offenbar Bin hier mit dem Blümchen Da liegt noch was Alkohol Gönne ich mir auch mal Und dann muss ich mit dich Erstmal gönnen Wo bist du hergekommen? Die Tür ist zu Zack Ich habe auch einfach so noch was verloren Nee Da hinten gibt es aber auch noch was Nochmal Blümchen Ich gehe jetzt erstmal Einmal in den Pier Hier hinter Zum schauen Vielleicht gibt es hier noch was Geiles Boot oder so Da ist bestimmt irgendwas in dem See Oder Fluss Oder was auch immer das ist Ich wundere dass ich noch keine Map habe Weil wenn ich jetzt ins Inventar gehe Hier Karte ist noch ausgegraut Aber hier ist ja so So dann gehen wir mal rein Taschenlampe fehlt mir halt auch wirklich Wie dicht es ist Da ist dicht Da ist dicht Da ist dicht Da vorne ist noch was Was ist das draußen? Ist das draußen? So Wiesen Stofffetzen Jawoll Das war fetter Lut Fette Beute Gibt es da draußen noch? Ach lol Die sind wie ne Stofffetzen Guck mal mit der auf einmal her